So, hi! Heute reden wir tatsächlich mal über Quantencomputer. Ich habe mir gedacht, es ist ein relativ spannendes Thema, was natürlich auch den Bitcoin was angeht. Und deswegen dachte ich mir, widmen wir dem Ganzen einfach mal ein wunderschönes kleines YouTube-Video. Oder ob es wirklich so klein wird, werden wir dann dementsprechend sehen. Ich bin ja dafür bekannt, immer mal wieder ein bisschen ausschweifender irgendwas zu erzählen und zu erklären. Aber hoffen wir, dass es einfach passt. Und heute platziere ich tatsächlich mal meinen Mauszeiger auf dem Mute-Button, weil gestern habe ich es ja blöderweise nicht hingekriegt, mich zu muten, als ich husten musste. Ich hoffe, dass es heute nicht passiert. Ich wollte es eigentlich schneiden. Mein Schneide-Programm macht momentan irgendwelche Faxen. Ich kann damit momentan einfach nicht schneiden. Es funktioniert einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Habe es schon neu installiert. Funktioniert trotzdem nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Letztens hat es noch funktioniert. Ist jetzt auch völlig egal. Heute geht es um ein anderes Thema und nicht um Schneide-Programme. So, ganz genau. Denn wir sind heute auf BTC Echo unterwegs. Denn ich habe hier einen wunderschönen kleinen Artikel über Quantencomputer gefunden und dachte, ich rede mit euch mal über dieses Thema. Davor gucken wir mal ganz kurz auf den Kurs. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Ticker da oben relativ genau ist. Kam mir jedenfalls nichts anderes vor Augen. Also momentan etwa 255 Milliarden Dollar Market Cap. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Zahl. Ich gucke nebenher mal ganz kurz auf mein Smartphone, ob die Zahlen ungefähr stimmen. Ich denke aber schon. Bitcoin bei 9604 Dollar. Coin Market Cap sagt mir gerade 630. Also doch ein bisschen anders als Coin Market Cap. Aber auch nicht schlimm. Also doch schon relativ genau. Und andere Coins sind ebenfalls im Plus. Ja, das läuft auch auf jeden Fall ganz gut momentan für Krypto. Besonders 6% bei Bitcoin ist keine schlechte Zahl. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir bald nochmal ein paar rote Zahlen sehen. Denn ich würde ganz gerne nochmal ein paar Bitcoins nachkaufen. Oder wenn ich Bitcoins nachkaufen sage, dann meine ich natürlich nicht ganze Bitcoins. Also ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, jeden Monat 10.000 Euro in Bitcoin zu buttern. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Mal wieder am Thema erfolgreich zwei Minuten lang vorbeigeredet. Jetzt fangen wir auch wirklich mal an. Also Quantencomputer. Was sind denn Quantencomputer? Wer weiß, wie ein normaler Computer funktioniert? Ist jetzt einfach mal so eine rhetorische Frage. Denn ich denke, die meisten von euch wissen es. Es gibt ja dieses Binärsystem. Das bedeutet Einsen und Nullen. Und mehr gibt es einfach nicht. Also ein Computer basiert auf Einsen und Nullen. So ein Quantencomputer, da so Quanten theoretisch mehrere Zustände gleichzeitig annehmen könnten, ist das Ganze bei Quanten ein bisschen anders. Also funktioniert nicht nach dem Binärsystem. Und deswegen sind Quantencomputer dementsprechend, wenn sie dann erfolgreich funktionieren und so laut Google funktioniert das Ganze dann dementsprechend jetzt schon, sind natürlich aufgrund, dass es eben ein anderes System ist und nicht alles nacheinander ausgeführt wird, sondern teilweise gleichzeitig. Ihr könnt euch den Artikel gerne selber nochmal durchlesen. Ich bin jetzt auch hier nicht irgendwie Physiker oder Computerspezialist. Ich bin angehender Softwareentwickler. Ist natürlich auch schon ein bisschen in die Richtung. Aber dann dementsprechend noch nicht irgendwas, wo man jetzt hier großartig ins Detail gehen könnte oder müsste. Ist für dieses YouTube-Video jetzt auch nicht so relevant. Und jedenfalls die Möglichkeit mit den Quantencomputern funktioniert einfach anders. Das bedeutet, es können mehrere Berechnungen gleichzeitig ausgeführt werden, also nicht nacheinander, sondern gleichzeitig, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Und dadurch wird eben Rechenzeit dementsprechend minimiert. Hier unten gibt es ein kleines Beispiel. Eine Rechnung oder eine mathematische Gleichung kann dieser Quantencomputer von Google scheinbar in 200 Sekunden lösen, was bei einem normalen Rechner, ein aktuell leistungsfähiger Rechner, dementsprechend 10.000 Jahre gekostet hätte, Rechenzeit gekostet hätte. Das ist auf jeden Fall ein enorm großer Unterschied. 10.000 Jahre und 200 Sekunden, ja, das kann man auf jeden Fall gut vergleichen. Und deswegen kann man natürlich sagen, okay, so ein Private Key zurückzurechnen ist nicht möglich. Aber man könnte durch Zufall vielleicht Private Keys erraten. Das wäre theoretisch möglich. Jetzt ist aber die Frage, wie lange würde es dauern, so ein Private Key zu erraten? Eigentlich schon relativ lange. Länger, als es in irgendeinem Menschenleben von uns relevant wäre. Aber so ein Quantencomputer, der die Rechenzeit enorm minimiert, könnte Private Keys theoretisch entweder zurückrechnen oder in so einer kurzen Zeit erraten, dass es wirklich gefährlich werden könnte. Und jetzt muss man sich mal vor Augen führen. Funktioniert nur Bitcoin nach dieser Technologie? Nur nach dieser Verschlüsselung? Und da kann ich ganz ehrlich sagen, nein. Es funktioniert natürlich nicht nur Bitcoin nach dieser Verschlüsselungsmethode. Bitcoin funktioniert nach der Methode SHA-256, hat wahrscheinlich der eine oder andere schon mal gehört. Und das ist schon relativ sicher. Also mittlerweile kriegt man es nicht mit normalen Rechnen in irgendeiner Form geknackt. Sonst wäre es ja auch schon der Fall gewesen. Und ob es jetzt mit Quantencomputern möglich ist, ist mal dahingestellt. Und bis Quantencomputer für irgendwelche Privatpersonen zugänglich wären, ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Aber ich denke, wir haben dann deutlich größere Probleme, wenn eben Quantencomputer kommen als den Bitcoin. Und ich denke, dieses Problem lässt sich auch lösen. Ich denke, man kann da Möglichkeiten finden, eventuell quantensichere Verschlüsselungen irgendwie zu benutzen oder die Blockchain umzustellen oder auf eine andere Blockchain zu wechseln, wäre ja theoretisch alles möglich. Also jetzt irgendwie zu sagen, ja, Quantencomputer wären jetzt der Untergang für Kryptowährungen, das halte ich für sehr unrealistisch, wird so wahrscheinlich gar nicht eintreten. Ich denke aber, Quantencomputer können ein großes Sicherheitsrisiko darstellen, wenn es jetzt irgendwelche Verschlüsselungsmethoden sind und Quantencomputer weiter verbreitet sind. Ja, jetzt habe ich irgendwie einen roten Faden verloren. Jetzt habe ich mich irgendwie in diesen Satz reingequatscht. Also nochmal ganz von vorne. Ein Quantencomputer kann ein großes Sicherheitsrisiko für so eine Verschlüsselung natürlich bieten. Ist natürlich ziemlich, oder darstellen, ist es natürlich ziemlich scheiße, wenn jetzt irgendwie ein Quantencomputer irgendeine Verschlüsselung zum Beispiel, ja, keine Ahnung, von irgendeiner Zahlung oder so, jetzt einfach kurz entschlüsseln könnte, wenn jetzt meine Daten da irgendwie offengelegt werden würden. Ich denke mal, dass es auf den Privatanwender eh nicht so schnell zutreffen wird. Also was wahrscheinlich eher so vorkommen wird, ist, dass Google eventuell die Technologie oder die Möglichkeiten irgendwie verkauft oder starten, da die jetzt ja wissen, ja, das Ganze ist möglich, da eventuell selber nochmal Nachforschungen anstellen oder vielleicht der ein oder andere Staat sogar schon Quantencomputer hat und es nur noch nicht gesagt hat, um zum Beispiel irgendwelche Sachen aus anderen Staaten abzuhören oder in irgendeiner Form auszuspionieren. Das halte ich für sehr realistisch. Muss jetzt nicht der Fall sein, auf keinen Fall. Das muss ich aber trotzdem mal ganz kurz nochmal husten. Dieses Mal habe ich mich aber gemutet. Jetzt funktioniert es. Es muss jetzt noch nicht der Fall sein, natürlich. Es kann sein, dass es auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauert. Aber ich denke, da es jetzt auf jeden Fall möglich ist und auch theoretisch schon möglich war, die ganze Zeit, werden sich Staaten da hinsetzen. Denn ich denke, der nächste Weltkrieg, falls es einen geben wird, werden wir sehen, ist entweder so schwer mit irgendwelchen, ja, wie heißt es denn, nuklearen Waffen oder so, oder eben Cyber-mäßig. Dass irgendwelche Hackerangriffe, irgendwelche Länder oder irgendwelche Stromversorgung kappen und so, da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Szenarien, wie man auch ohne in irgendein Land einzumarschieren oder irgendein Land physisch zu bedrohen, doch ganz schön viel Schaden anrichten kann, auf technischer Seite. Und wenn eben Quantencomputer kommen und diverse Sicherheitslücken beziehungsweise diverse Verschlüsselung irgendwie in einem Bruchteil von der Zeit knacken können, dann ist das sehr gefährlich. Aber ich denke, es kommen da auf jeden Fall Möglichkeiten, Sachen quantensicher zu verschlüsseln und dann sollte das kein großes Thema mehr darstellen. Ich denke auch, wenn das Ganze beim Bitcoin so funktionieren würde, also ich habe da mal etwas gesehen, ich glaube, das war in der neuesten Folge vom Blocktrainer, im Frag den Trainer, wäre es nicht möglich, dass Google zum Beispiel die ganze Blockchain einfach sozusagen durchrechnet, also die ganzen Blöcke, die es bisher noch gibt, die ganzen Bitcoin-Block-Rewards eben einkassiert und die dann auf den Markt wirft und verkauft mit ganz viel Profit zum Beispiel. Ja, man muss natürlich sagen, wenn sowas kommt, dann wird der Preis von Bitcoin natürlich enorm sinken, natürlich auch der Wert, denn sowas ist bisher nicht möglich gewesen und wenn dann doch sowas kommt, dann könnte man sagen, ja die Blockchain ist nicht mehr in dem Sinne sicher und dann müsste was kommen. Also entweder vom Bitcoin-Team, also wenn ich jetzt sage Bitcoin-Team, dann meine ich nicht, dass es da irgendwas ganz Offizielles gibt und dass Bitcoin von irgendeiner Firma kommt, das ist nicht der Fall, aber es gibt ja zum Beispiel die Core-Entwickler, die machen da auch sehr viel an Bitcoin und dann könnte man denken, dass da vielleicht aus der Richtung was kommt und dass dann dementsprechend auch das Interesse von der ganzen Community da ist, eben auch auf das Neue dann umzusteigen, denn ich sage jetzt einfach mal so, Bitcoin ist jetzt nicht irgendwie ein statisches Objekt, was man nie wieder ändern kann, nein, Bitcoin wird durchgängig weiterentwickelt, wird durchgängig geändert und wenn wir einfach die Mehrzahl der Leute sozusagen davon überzeugen können und das wird definitiv der Fall sein, dass eben bei Bitcoin dann eben vielleicht was Quantensicheres kommt, dann werden da wahrscheinlich auch die meisten mit dabei sein, beziehungsweise die Mehrzahl vom Netzwerk, dann wird das sowieso kein Problem mehr sein. Also, nur mal ganz kurz als Zusammenfassung, ich sehe keine Gefahr für Bitcoin, ich halte es auch sehr unrealistisch, dass Google jetzt irgendwie Bitcoin an den Kragen gehen möchte mit ihrem Quantencomputer. Ich denke, Google hat da andere Möglichkeiten und andere Sachen, auf die sie sich jetzt erstmal fokussieren, statt hier jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, Quantencomputer für Bitcoin-Mining zu benutzen, im Endeffekt, oder hier irgendwelche, ja doch, im Endeffekt wäre es schon fast Mining. Also, das ist echt ein sehr komisches Szenario, ich denke auch, dass Google der ganzen Blockchain-Geschichte sowieso nicht negativ eingestellt sind, ich glaube, ja, Google ist relativ pro Blockchain, aber da lehne ich mich vielleicht auch ein bisschen zu arg aufs Fenster, aber ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was sich in der nächsten Zeit so tut, in dieser Richtung oder auch in der ganzen Krypto-Richtung. Es gibt ja mittlerweile, ich glaube, der Blockchain hat da was gesagt, dass IOTA relativ quantensicher sein sollte, mir wäre es auch wirklich völlig egal, ob ich jetzt anstatt Bitcoin IOTA hätte, ist momentan einfach nicht mein Pick, also ich bin momentan pro Bitcoin, ich bin nicht irgendwie gegen IOTA, auf keinen Fall, ich finde IOTA aber vom Projekt einfach nicht so spannend wie Bitcoin. Vielleicht sieht das Ganze irgendwie jemand anders, ist auch völlig legitim, kann natürlich jeder eine eigene Meinung dazu haben, ich sage jetzt auch nicht, dass IOTA in irgendeiner Form schlecht ist, aber ich habe mich dazu sehr informiert, zu IOTA, natürlich habe ich nicht so ein Wissen wie andere Leute, zum Beispiel auch der Blog-Trainer, der kennt sich dann doch schon ein ganzes Stückchen mehr aus, aber ich finde einfach, IOTA ist nicht das spannendste Projekt für mich. Es ist einfach nicht in dem Sinne, so wie ich es gern hätte und auch von der Verbreitung und so ist IOTA noch nicht so mit ganz da vorne und da würde ich natürlich auch sagen, Bitcoin ist von der Adaption und von der Verbreitung natürlich auch noch nicht ganz vorne, das kann man natürlich sagen, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Aber ob jetzt Bitcoin das Rennen macht, IOTA, XRP, Bitcoin Cash, Ethereum oder noch irgendeine andere Kryptowährung, bei Ethereum denke ich es eher nicht. Also Ethereum macht das, was es soll, vielleicht ganz gut, aber es gibt immer wieder trotzdem irgendwelche Probleme und auch das mit Ethereum 2.0, ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze wird, ob das Ganze bei Proof of Stake auch wirklich so funktioniert, weil ich weiß, dass Bitcoin in den ganzen letzten 10 Jahren eigentlich ganz gut relativ stabil lief. bei Ethereum gab es dann doch immer wieder ein paar kleine Probleme und das ist doch ein bisschen schade und wenn man jetzt weiß, ja, die stellen vielleicht jetzt auf ein neues System um, ob da vielleicht nicht irgendwas Größeres, ob da vielleicht nicht irgendwo einen größeren Fehler eingebaut wurde aus Versehen oder was damit auch immer zusammenhängt, kann man jetzt nicht sagen. Ich weiß natürlich, dass das Proof of, ja, Proof of Work, hier hat es mir gerade der Name nicht eingefallen, das ganze Proof of Work-Thema bei Ethereum noch eine ganze Weile weiterläuft, auch parallel zum Proof of Stake, aber, ja, ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie das Ganze wird und das ist quasi da meine Meinung dazu. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich bin also auch wieder ein bisschen abgeschweift, am Ende ist mir so aufgefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, geht gerne mal einen Daumen nach oben oder denkt vielleicht nochmal dran, den Kanal zu abonnieren, würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen und wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt, gerne ab damit in die Kommentare, auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao.